Für einen guten Tropfen fränkischen Wein greift man gerne etwas tiefer in die Tasche. Das hat sich zumindest Pfarrer Albrecht Kleinhenz aus Randersacker gedacht. Und es funktioniert. Auf dem Kiliansplatz verkauft der Boxbeutel an die Gottesdienstbesucher. Der Erlös ist für die Reise zum Weltjugendtag bestimmt. Und zwar für die Jugendlichen aus dem Partnerbistum am Amazonas. Sie fliegen mit 60 Jugendlichen aus Unterfranken nach Rio. Und dieser Flug für die Jugendlichen in Obedos ist noch nicht ganz finanziert. 200 dieser Flaschen will Pfarrer Kleinhenz an den Mann bringen. Angeboten werden ein Halbtrockner und ein trockener Müller-Turgau aus Randersacker. Liebevoll hat der Pfarrer die Etiketten neu gestaltet und kleine Infokärtchen gebastelt. 2,50 Euro pro Boxbeutel gehen direkt an die Jugendlichen für den Flug nach Rio. Jeder Euro ist notwendig. Was wir zusammenbringen, bringen wir zusammen. Und das geben wir den Jugendlichen dann. Jeder Euro ist wichtig, ja. Die Gottesdienstbesucher nehmen die Aktion gut an. Auch Generalvikar Karl Hillenbrand und Bischof Friedhelm Hofmann lassen es sich nicht nehmen, sich an der Aktion zu beteiligen. Ja, ich werde auf jeden Fall einen Boxbeutel mitnehmen und ich werde auch die jungen Leute in Obedos finanziell unterstützen, damit möglichst viele dieses große Erlebnis auch dem Papst zu begegnen haben können. Noch bis zum Ende der Wallfahrtswoche verkauft Pfarrer Kleinhenz die Boxbeutel auf dem Kiliansplatz am Dom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017